Musik Ich heisse Sina Arneth und ich lebe in Engelberg. Ich durfte das erste Mal bei den wunderschönen Schanzen springen. Es war ein cooles Erlebnis. Musik Meine Ziele für diese Saison sind weiterhin meine guten Sprünge an den Wettkämpfen zeigen. Das heisst, dass ich im Alp-Göp, Fiss-Göp und je nachdem auch COC gute Resultate erzielen kann und das zeigen, was ich gelernt habe und auch kann. Musik Musik